Ja ihr Lieben, das wird ein Quickie jetzt und zwar ein Shoutout an den Kanal Gaming with Rick. Wie ich es schon sagte, es ist ein Gaming-Kanal, also wer Spaß daran hat, bitte abonnieren. Super Videos, ganz netter Kerl. Danke für die Kommentare, dass du meinen Kanal abonniert hast, Rick. Und nur das Beste, ganz, ganz viele Follower und dass sie viel Spaß mit deinen Videos haben und dass du Spaß mit ihnen hast, mit ihnen schreiben kannst und gamen kannst. Und ja, lass es dir gut gehen, komm wieder und bleib mir treu. Shoutout an Rick.